Ja, mal eine kleine Neuigkeit. Ich habe dem Felix per Snapchat angeschrieben. Hi, ich bin's Justus, bitte melde dich mit meiner Telefonnummer. Und jetzt hat der Felix mich geedit und der Felix hat mir jetzt geschrieben, er kennt keinen Justus. Also der Felix hat mir geschrieben, ich kenne keinen Justus, obwohl das nicht stimmt. Dann habe ich dem Felix geschrieben, doch wir kennen uns und mal gucken, wann er mir antwortet. Auf jeden Fall hat der Felix mich jetzt bei Snapchat geedit und ich bin immer gespannt, ob er meine Nachrichten liest und öffnet und ob er mir überhaupt antwortet. Einmal hat er mir bis jetzt geantwortet, er hat mir nur geschrieben, ich kenne keinen Justus. Das hat er mir bis jetzt nur geschrieben, sonst nichts. Nur wenn der Felix mich auch wieder haben will, dann sollte er sich jetzt auch mal melden und mal mit mir reden und alles. Nur nach Westhofen traue ich mich nicht, denn dann muss der Felix zu mir nach Hause kommen oder hier nach Holzwicke kommen. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal und tschüss.